So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Super Flanke. Perk, er macht das Tor. Klasse Kopfball. Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf. Sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder. Diesmal mit Erfolg. Klasse Kopfball. Da gibt es nichts zu halten. Genau im richtigen Moment hochgesprochen.